Dies ist eine Videoantwort an DF Stefan. Es ging darum, einen Lost Place oder einen Lieblingsort zu zeigen. Und einer meiner Lieblingsplätze ist diese Bank hier, von der ich mich gleich zurückmelde. Ich gehe da ein bisschen philosophisch ein bisschen weiter. Und ein Lost Place hat eigentlich meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir es hier von der verlorenen Zeit zu tun haben. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit, uns auf so eine Parkbank zu setzen und mal anderthalb Stunden lang einen Sonnenaufgang zu beobachten. Insofern lade ich euch jetzt ein, den Sonnenaufgang, den ich eben erlebt habe, mit mir noch einmal anzuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.